Bald werden wir sie wieder auf der Bühne sehen können, das hat Taylor Swift auf Twitter angekündigt. Und diese Stadion-Tour soll etwas Besonderes werden, Taylor Swift, The Eros Tour wird ihre Fans auf eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere mitnehmen. Dazu teilte Swift eine Collage, die Bilder von ihr aus verschiedenen Zeiten zeigt. Die 32-Jährige hat jedoch vorerst nur Termine für die USA bekannt gegeben. Die Konzerte finden demnach zwischen März und August 2023 statt. Internationale Termine sollen so bald wie möglich bekannt gegeben werden.